Hey Leute, willkommen zurück zu Max Blaze Age of Wonders 3. Wir spielen Arbeck den Dunklen in der Mission Melaniss, wo wir uns das zweite Mal durchkämpfen. Wir haben das letzte Mal zwei Gegner besiegt, Edith und Hamm und Hamm so ein bisschen traurig gemacht, oder sie hat erfahren, dass wir ihren guten Freund und eventuell zukünftig Geliebten, was auch immer, Edward gekillt haben. Das fand sie natürlich nicht so berauschend. Ja, trotzdem bleibt sie bei uns. Das finde ich gut, weil so eine Stufe 20 Heldin dabei zu haben, ist schon praktisch. Sagen wir es mal so. Genau. Und wir werden wahrscheinlich heute mit Karl, das ist hier Karl sicherlich, haben wir in der letzten Episode noch mitbekommen, dass er hier Fußberg erobert hat, was uncool ist, weil das heißt, er ist hier mit einer relativ großen Streitmacht gemacht, glaube ich, zwei Stacks voll, so dass wir uns ja irgendwie auf den Kampf mit ihm hier einstellen müssen, wahrscheinlich, früher oder später. So, jetzt gucken wir mal hier, wie groß die Verteidiger sind, wie viele da sind, das sind schon einige. Ja, die Frage, kriegen wir hier noch ein Rekrutierter, oh, denn sie bei der Eroberung hilft. Ja, nächste Runde wahrscheinlich ist die Frage, haben wir so viel Zeit? Wir müssen uns wahrscheinlich die Zeit einfach nehmen, weil es sonst mit zu großen Verlusten einhergeht. Das muss man so machen. Wir müssen nächste Runde hier den Flieger kaufen unbedingt. Vielleicht kriegen wir jetzt noch ein bisschen Gold dran, müssen wir mal gucken. Ähm, das müssen wir manuell und mit Chaosus machen. Obwohl, bei so einer Map, erstmal Gewitter und gucken, wie es so läuft. An sich kann man es nämlich hier einstellen und mit Fernkampf, oder, äh, wir können nämlich den einfach ausweichen, indem wir möglichst weit in die Richtung gehen. Dann hier Blitze machen, oder sowas. In der Hoffnung, dass wir ihn eigentlich ein bisschen besorgen, aber was soll's. Da gibt mir halt noch Zaubern eine Magie-Faust. Okay. Na, das sieht doch erstmal noch gewinnbar aus, auch wenn wir jetzt flankiert werden. Hm. Ja. Bisschen Mana gespart. Für Gold? Oh, reicht gerade nicht. Ähm, ich überlege noch was ich mit dir mache. Gut, du solltest einfach nicht hier bleiben. Glaube ich, glaube ich, um endgültige Kämpfe gegen Melanis zu initiieren. Genau, hier war das, dass du eigentlich da hin sollst, ne? Und wir da, du solltest das Mana da mitnehmen. Okay, wir kriegen hier also noch ein bisschen Gold zusammen. Wir wollten jetzt hier das auflösen, die Party. Auch ohne Verluste geschafft. Ähm, weil wir Gold brauchen. Natürlich blöd ist. Müssen wir mal gucken, ob alle noch rechtzeitig zum Party auch kommen. Okay, der eine Assassine ist dann ein bisschen auf der anderen Seite, aber den können wir ja heranziehen. Der hat halt dann keine Stat-Boosts, aber ich meine, das ist halt so wild. Die haben nämlich jede Menge Glück. Und ich mag es nicht, wenn Gegner Glück haben. So. Bewegliches Ziel, Sadismus. Immer wenn eine Gegend einer stirbt, da halten alle verbündeten Einheiten. Das ist eine dauerhafte Schlachtverzauberung, kann das sein? Cool. Cool. Ich mag dir mal Glück. Das wäre die Frage. Sie kann auch sprinten. Genau, jede Menge Glück. Dich geht's noch. Da hin. In dem sind die Heines hier, weil die heilen können und so weiter. Und mit euch. Du kannst ja mal eine ihrer Flanken decken. Das ist ein Thema Flanken decken. Okay, okay, deswegen ist das so ätzend gegen solche Halblinge. Ja, der Sondra muss überleben, ist mir schon klar. Machen wir mal einen automatischen Kampf und gucken, was da so passiert. An sich war das eine super Sache. Mach mal so. An sich war das eine super Sache. Das ist sogar akzeptabel. In Anbetracht der Umstände. Ich will ihn wieder aufbauen. Welche reißen wir denn gerade ab? Reißen wir überhaupt gerade einer ab? Die. Die. Okay. Verzeihung. Das heißt, wir könnten die auch abreißen und neu bauen. Oder auch nicht. Die würde ich einfach übernehmen, dass wir hier verteidigen können mit den Truppen, die wir da haben und eventuell noch Verteidiger hinstellen können. Die wollten uns jetzt nicht angreifen, okay. Der Abnuss elementar. Müssen wir mal gucken mit ein paar Leuten, die fliegen können. Also mit ihr, ihm und die halt schwimmen können. Die beiden könnten wir darüber gucken, was geht. Eure Aufgabe wäre es jetzt, eigentlich diese Festung einzunehmen, wenn ihr das hinbekommt. Richtig, hier war Polar doch auf dem Weg. So schnell, das ist geil. So, das wird auch noch ein harter Kampf. Ziemlich ausgeglichen. Ja, wir haben eine ziemliche mistische Einheit. Was passiert mit dem Autokampf? Wir sterben, okay. Das heißt, wahrscheinlich sterben wir auch im manuellen Kampf, weil das ein echt. Dieser Vielfrau ist da und die anderen Level 3 Einheiten. Und ich meine, Roller ist schon ein ganz schöner Typ. Wir könnten, also die Hoffnung wäre doch zum Beispiel, dass die erstmal defensiv bleiben. Ja, die Hoffnung wäre doch eben gestorben. Ähm. 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 Dann können wir mal die Leute hinten ein bisschen suchen zu binden. Das klingt überhaupt nichts, was ich gerade gemacht habe. Wir müssen uns auf einen Nager konzentrieren, sonst, ähm, ja, wir nachwachsen halt, ne? Sehr gut. Das klappt ja. Genau das war mein Ziel. Ähm. Jetzt ist die Frage, ein Blitz macht eigentlich nicht genug. Okay. Muss man mal gucken. Nice. Das heißt, wir könnten uns jetzt hier. Schlange konzentrieren. Schlange konzentrieren. Jetzt werden wir gut. Jetzt denke ich nicht. Ja, palace Quad. Okay, dann geht es halt eine Runde. Okay, ich bin hochkonzentriert, aber gut ist, dass die betäubt sind, dass jetzt nur einer vorkommt, oder, das habe ich befürchtet, also den kann man jetzt nämlich fokussieren. Ja, könnt ihr jetzt, kannst du noch was zaubern, nein, ähm, wird er auch nachwachsen? Nein, der wird mit ihm gehen und verteidigen. So, das ist okay, muss man okay sogar, ähm, 80 Prozent, ich verlasse mich drauf, sehr gut. Läuft. Ich habe schon eine Goldmedaille, was kriegen die denn da? Welle zu schmettern. Okay. Kannst nichts machen. Der ist eingesponnen und gut ist. Ich weiß gut, wenn du dir die große Erfahrung abholst, ne? Nice! Oh, das war ein cooler Kampf. Dass das so geklappt hat, die Gegner abzulenken hinten, ja, und dann die nach und nach ran zu holen. Nice! Gründer Traumschild. Verderbnisschutz, Trefferpunkte. Okay, und das ist Fernkampfstärke vor steinernder Blick, versteinerte Berührung. Also Fernkampfstärke ist ziemlich gut. Ähm, Belohnung nehmen. Und das ist was? Das ist ein Schild. Du hast eigentlich schon ein ziemlich geiles Sonnenschild, muss ich sagen. Und Leben auch genug. Wenig Leben hat doch, ähm, aber der hat schon, der hat voll Verderbnisschutz, weil er untot ist, ähm, einer. Nichtsdestotrotz ist das ziemlich gut. Also, ähm, Übersicht, ne, das ist Diplomatie. Helden. Also, du hast gar kein Schild. Und du könntest Verderbnisschutz auch gebrauchen. Und ist einer halt nach wie vor eine Graskanone, ne? Aber wir arbeiten dran, dass ein bisschen Leben kriegt und so weiter. Immunität gegen Gedankenkontrolle. Sunheld hat auch noch kein Schild. Der hat aber jede Menge Verderbensschutz. Dann kriegt es so einen Tränen. Die ist eben ein Nahkampf-Brawler, die kann das gebrauchen. Ähm, so einen Tränen. Und das behältst du eigentlich. Du machst nämlich relativ viel im Fernkampf auch. Das zählt wahrscheinlich auch als Fernkampf. Blitzschlag. Ampus kannst du auf jeden Fall verkaufen. Deswegen Klingenprojektilen. Und das ist manchmal auch nicht schlecht gegen Untoter. So, jetzt haben wir das erledigt. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit dir? Wahrscheinlich einfach zum Teleporter, oder? Wir müssen doch schnell wie möglich hier hin. Schickt er mich da automatisch zum Teleporter. Genau. Ähm, Maps Segen erforscht. Neue Erforschung. Da, 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 da. Necrons Geschenk. Oder halt mehr Nekromantie. Auf den Schatten umrangt. Alle Verbündeten. Den Bösen beschrieben einhalten. Erhalten. Uh. Das sind also alle, äh, Leute, die wir dann in so Städten produzieren mit diesem Umhang. Und, ähm, alle Helden bekommen eine Resistenz, Schutz und Blitzschaden. Ja, auf jeden Fall das. Ähm. Ist auch angewachsen. Okay. Also, du solltest mit zu ihm. Genau. Ähm. Du solltest diese Monsterhöhle da noch klar machen. Nächste Runde. Genau. Du solltest hier Verteidiger spielen. Und einer. Einer, einer, einer. Schickt mich auch einfach an die Front. Ich meine, hier gibt es ja nicht mehr viel zu tun. Also, halt hier könnte man, könnte man, wenn man viel Lust hat, ähm, die Städte da klar machen. Ist die Frage. Können wir sonst noch was zu tun? So, wo wird, wird hier was produziert? Genau. Wo wird noch was produziert? Hier ist das. Das wird übernommen. Ähm. Hier machen wir nix. Das ist okay. Also, wichtig ist, dass wir hier was eigentlich machen. Observatorium. Wegen dem Gold. Wichtig. Gut. Ähm. Next. Karl. Das ist wichtig. Was macht Karl? Er zieht sich erst mal nur zurück. Ah. Von wegen. Hier. Hier. Ich muss mal gucken, was da abgeht. Melanis geht da oben lang. Okay. Kommt irgendwas ein. Ich werde gerne jetzt bei den Kämpfen dabei, wenn sie, wenn Werder kämpft, deswegen habe ich hier diese Banshee da, dass wir, oh, das ist ein richtig gutes, äh, elementar gegen Melanis, muss ich mal sagen. Den holt er dazu, den, das alte Grauen. Vielleicht müsste ich jetzt mal mit nach Norden damit hingehen, ich weiß es nicht. So, jetzt die Assassinen. Die hab ich schon kommen sehen. Erster Trick halt, auf Entfernung zu bleiben, dass man dann nächste Runde die Assassinen ganz schön weg assassinieren kann. Ja, ich hab hier Verteidigung, die sie haben. So. Ich werde es wahrscheinlich nicht brauchen, aber bewegt man einfach mal mit. Okay. Ich finde, es läuft ziemlich gut gerade. Also, nachdem wir am Anfang ja auch ein bisschen, ähm, wenn man das Gefühl hat, ah, jetzt müssen wir doch langsam mal jemanden besiegen können. Ähm, wir hatten ja letzte Folge das große Glück, würde ich fast sagen. das große Glück, ähm, zwei Gegner gleichzeitig auszuschalten. Das gebht hin und sanft schön Nine plus ein. Wocious dann? Bin in vorne. Bei déreg de lauce. Wohler. Allg., facebook, Nickel fib, Thunder, Diamond, oder so, dass er nicht einfach so wegrennen kann, sondern, dass er sich mir stellen muss. Da stelle ich mich direkt vor ihm. Sie machen nützliche Sachen, einmal frei. Wir kommen sehen, das auch. Was gibt es denn nicht auf Gold? Leben in der Kälte zu fühlen. Sturmangriff. Du hast schon Meister, du bist Gold, du hast noch kein Gold. Und du killst. Easy. Wir wissen, die Erfahrungspunkte möglichst gut verteilen. Ah, so, Melinus hat sie natürlich übernommen. Hoffen wir, dass es jetzt nicht für die Verderbnis elementar gilt. Die sind echt freudig, die können schwächender Odem. So, vorne. Ganz zur untoten Heilung, es bringt ja aber natürlich relativ wenig. Ähm. Gucken wir mal mit denen jetzt umgehen. Die verteidigt man auf jeden Fall da hin und du bist immun. Jetzt könntest du halt noch zaubern. Machen wir eher um Magen-Notfall, weil die Zauberpunkte, die du jetzt erst gibst, sind danach nicht wieder. Ähm. Weiß ich jetzt nicht, ob die dann wieder da sind. Bei Zaubern ist das nicht sauber. So, das war irgendwie bei Zauberern und Helden anders. Die Luftsprung bringt überhaupt nichts gegen die. Ähm. Steiner, Tehrung frei. Angewidert. Die müsste das nächste Mal geheilt werden, vielleicht. Der Steiner ist gut und die beiden können nur bis Gips schicken oder angreifen. so schlecht oder so schlimm, dass sie den einen Pussy da weggenommen haben. Ähm. Wieder Gold, was wir pro Runde nicht ausgeben. Und es sind keine Zombies draus geworden. Achtung, meine Hafersteine zu unverwältig böse. Genau. Habe ich jetzt auch. Weiß nicht, ob man das sieht. Ähm. Das war auch mit mein Ziel. Achievements sammeln. Ihr habt Herbstlager niedergebrannt. Genau. Das kann man jetzt direkt auch wieder aufbauen. Natürlich jetzt ein bisschen kleiner, ne? Aber es soll's. Schärmieren. Herbstlager gegründet. Hat eine Mission für uns. Seht mir über diese Aufgabe. Vernichtet die Landraten. So. Das sind Schiffe. Das sind Schiffe. Das ist natürlich jetzt eigentlich eine Aufgabe für Roller auch, ne? Gucken. Eigentlich. Ich muss das machen mit Zauberunterstützung dabei nicht drauf gehen. Das wäre eigentlich das Wichtigste. Gut. Ähm. Ich hätte das nicht sehen müssen. Gut. Du hast, du hast eine Steinmauer. Da brauchen wir noch jede Menge mehr. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall ein Observatorium. Alles, was Wachstum angeht, hast du jetzt eigentlich drin. Also machen wir nur noch Laboratorium und Observatorium. dann musst du nochmal, wir sind das 1, 2, 3, 4, muss noch zweimal selber wachsen. Hä? Mal gucken, ob das so klappt. Nichts machen. An der Gülde. Passt. Zeitplatz. Passt. Ab jetzt kommen hier genau jede Menge. So. Stell dir dich doch mal woanders hin. Dahin. Wo ist eigentlich jetzt diese... So eine neutrale... Die war noch hier irgendwo rumgelaufen, ne? Zack. Die Frage hat denn... Das waren mittlerweile eine bessere Waffe. Nein. Gut. Dann kriegt sie das jetzt. Wo war der... Bro jetzt hier, ne? Zu... Sahn hält dein. Zack. Zwergen kommt mit noch eine Runde. Eindringer. Hier waren die. Die sind hier nach oben. Oder was? Das sah fast so aus, ne? Revision für Herbstlager. Ja, das überlegen wir uns gleich nach. Die waren hier irgendwo. Ich hab' kein Geld für. Die kriegen wir aufgehalten. Du bist nicht dabei. Ist nicht schlimm. Naja, da will jetzt überall... Ah und hier hängt er ab. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt... Bekämpfen... Sehen wir ihn. Wenn der Fliege rein zukommt. Okay. Das sieht... Also das sieht sehr besiegbar aus alles hier. Okay. Du wängst halt jetzt ein bisschen weit hinten ab, aber... Machen wir mal lieber so. Wie es von allen Seiten angegriffen wird, habe ich ein Problem. Ähm... Ähm... Ich müsste das mal irgendwie noch an das jetzt... Ähm... Ich will noch ein Spielstand machen, wovor ich angegriffen habe, falls irgendwas... Äh... Das ist so ein Speicher, das unter sicher. Und lade jetzt safe wieder. Was ist nach dem Kampf? Nach dem Kampf. Ein bisschen umständlich, aber ich will jetzt hier auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass ich jetzt die ganze Episode in die Schulden stellen kann, nur weil ich eine falsche Entscheidung getroffen habe. Ja, was wir mit dir machen, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Du hast hier überhaupt keine Einheiten. So, Sanhel, das weiß ich schon eher. Ähm... Keine Verluste. Komm... Du. So. Jetzt geht's weiter. Oh, nice. Verstärkungs-Truppen. Ist ohne reich dafür aber auch. Ähm... Genau da hin. Panda kriegst du noch zur Unterstützung. Okay. Machen wir jetzt noch ein Schiff. Und ein Zauber. Äh... Das reicht, das Gold. Dann haben wir hier noch Kobold. Okay. Der bringt uns nicht so viel. Aber... Ja. Mal gucken. Besser als nix. Okay. Du hast zwar schon relativ viel XP, aber ansonsten ist es jetzt eigentlich nicht sehr viel. Mal da stehen bleiben und mal gucken, was passiert. Ihr solltet wenigstens mal gucken, ob ihr hier irgendwie eine Chance habt. Wenn nicht, seid ihr dann nicht lieber für... Boah. Nicht noch eine Chance, sondern easy gewonnen. Das heißt, ihr könntet jetzt mit Mr. Hohepriester hier eine Party aufmachen. Abzüglich ihm. Herbstlager ist an der Front. Herbstlager hat es aber so gut wie keine Gebäude mehr, weil wir es niedergebrannt haben. Also erstmal ein Holzwein, dann gucken wir weiter. Ähm... Du hast ja eigentlich keine großen Aufgaben, ne? Kannst du deiner Truppe hintergehen? Ähm... Keine Verderben. Präanimieren. Höllenhund beschwören wäre eigentlich ziemlich praktisch. Auch gegen die Untoten jetzt. Und dass wir ein bisschen Verstärkung für Sohn drin haben. Ich meine... Im Schatten umrang machen wir nächste Runde. Das machen wir erstmal den Höllenhund. So Karl. Wo rennst du hin? Ich würde dich gerne mal wegschicken. Also hier hat er wahrscheinlich einen Schlachtruher. Noch ein Elementar... Okay, der bleibt dort stehen. Ja, noch besser. Wow. Werler ist ein bisschen übermündig, kann das sein? Was ist denn sein Problem? Der in so einer riesen... Also... Mal ernsthaft jetzt. Was ist sein Problem? Okay. Ghoul-Eisformer, Puhnenwerfer und so weiter. Also müssen wir die ein bisschen getrennt hinstellen, dass sie nicht von einer Spinne... Nee, ich meine, wir sind auch noch... Schreckenspinne. Das ist eine Jägerspinnenkönigin auch noch. Ekelhaft. Okay. Okay. Das ist lustig. Das ist wieder eingefroren, das ist sehr geil ey, tack weg, easy, ein Feuerball war nötig. Jetzt sind wir die nämlich auch mal los, das heißt, wir müssen nur noch mal die, das ist sehr gut, das heißt, jetzt erst mal Steinbruch für mehr Produktion und dann Kulier der degenerierten Kinder, reanimat, genau, hier, dieser Trupp sollte dann sich mal mit diesem Monsterhülle dahinten kümmern, Holzwald gebaut, das gucken wir uns dann an, die jetzt auch um gewandelt, dies auch vergleichsweise nahe, kommt ein bisschen drauf an, was hier schon steht, ehrlich gesagt. Reist mit einem gewaltigen Hammer den Boden, ach so, dass diese Verteidigungsgedöns, die wurden auch übernommen, die sind alle noch verteidigt. Eigentlich war die Aufgabe dieser Gruppe, ähm, ich erinnere mich gerade, dieser Gruppe hier noch ein bisschen aufzuräumen, hm, gucken wie wir das machen, ging ich dann eingetroffen, genau, du kriegst eine Rüstung, zack, eine Verteidigung mehr, das ist erforscht, was können mir jetzt gefallen, dein Engel beschwören, das will ich haben, das gibt auch noch einen dicken Erfolg, das und dann nur noch Necromantie erforschen. Das ist angewachsen, perfekt, da hat eine Schlacht gewonnen, Karl hat eine Schlacht gewonnen, da, gegen eine Case, also auch da unten unterwegs. Produktion gucke ich mir dann zum Ende an, erstmal müssen wir hier, ich würde erstmal kurz die Eingeweihte wegknüpfeln, dass ich, keine Ahnung warum, und dann jetzt hier, ziemlich ausgeglichen, ja, der ist nämlich ziemlich, mächtig, gewaltig, mit Stufe 20, 22. Steife Gliedmaßen ist auch ziemlich eklig, und schwäch sein ist auch ziemlich eklig. Ähm. Wollen wir das mal so. Sie sind das, das ist hin. Glück, wieso, wieso hast du Glück? Und 20 Prozent. Ah. Schon wieder. Plack. Glück. Ich hätte ihn erst so und dann von hinten angreifen müssen. Glück, 20 Prozent Glück, und dann kriegt er sowas hin. Oh, das kriegt man. Wir kriegen das irgendwie. Der ist übrigens so ein blödes Feld gelaufen, wo er Glück kriegt, ne? Ja. Ja. Ich könnte auch hier unten hingehen, dass wir nicht von schlechten Mali drücken können. Zwei zu klar. Den greifen wir jetzt erst von hinten an. Und dann nochmal von hinten. Und du gehst einfach da hin. Auch kein Glück mehr. Kannst halt flunkiert werden, aber das ist halt jetzt so. Ja. Nee. Weder geschwächt noch gestreifte Gliemann. Ist leider vergiftet worden. Okay Okay, ist irgendwie okay, glaube ich. Und befördert, sehr gut. Wieder keine Armeen für die, aber ich meine, was soll's? Dreckiges halbes Dutzend, vernichtete Fromm. War Karl jetzt ein Hohepriester oder? Necromant, okay, sah so fromm aus. Oder auch nicht. Deswegen dreckiges halbes Dutzend nicht. Schattenschritt. Perfekte Aufmerksamkeit wäre schon ziemlich gut. Das heißt, wir dürfen nur zwei verbrauchen und dann kriegt's die Verteidigung. Nächste Runde perfekte Aufmerksamkeit. So. Also was wir mit ihr machen, müssen wir dann mal gucken. Die ist herangewachsen. Aha. Wie gesagt, die Produktion gucke ich mir zum Schluss an. Was sie macht, guck ich mir auch zum Schluss an. Die sind jetzt da. Meh. Ich finde das eigentlich nicht gut. Geh mal deinen Leuten entgegen. Jetzt hat er das ernsthaft mitgenommen. Haben wir nicht aufgepasst bei den Bewegungsfolgen und schon wird man so angekackt. Ähm. Jede Menge Gold fetzt. Annehmen. Lass mir dich vielleicht zurück, oder? Stufe 2, ne? Sonst haben wir alles Stufe 3 inhalten. Wird unsere Bevölkerung und Truppe halt auch noch ganz schön gut, sozusagen. Lesen wir mal ein paar Naga-Loyds, sozusagen. Das wird nochmal spannend. Ähm. Der stirbt jetzt einfach, glaube ich. Können wir ihn auch wegschicken. Brauchen wir weniger Mana. Kandava brauchen wir hier auch nicht. Du wirst da jetzt so Verteidiger, würde ich sagen. Okay. Die unwichtigsten Truppen kriegen hier natürlich immer den Boost. Achso, da haben wir schon einen Verteidiger. Hm. Kann ja auch einer Kanonenfutter werden. War nicht so schlecht, ehrlich gesagt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Schossa. Hier lohnt sich eigentlich überhaupt nichts zu produzieren. Das ist fernab von allem. Und ja, hier lohnt es sich schon eher was produzieren. Einfach aus dem Grund, dass wir relativ schnell zu dem Erstgeborenen kommen. Ähm. Die Frage ist der Erstgeborene eine gepanzerte Einheit. Erstgeborene. Fast nicht, würde ich meinen. Doch, gepanzert. Okay. Ich nehme nämlich die verzauberte Rüst. Äh, kann man auch noch bauen. Söldnerlager eher nicht. Sturmfeldstitadelle ist was Defensives. Ähm. Das heißt. Gucken. Also, es gab da auch noch, wenn man dann die Balsamierer Gilda oder irgendwas macht, auch dass die, ähm, Feuerschutz und sowas gingen. Balsamierer Gilda. Aller in der Stadt produzierten Ghoul-Einhalten erhaltenden und Feuerschutz und unter einer Regenerierung in dieser Runde. Ähm. Muss jetzt nicht sinnvoll sein, ne? Mehr Produktionen. Da können wir auch ein Observatorium bauen für mehr Produktionen. Und gerade Erstgeborene haben doch eh Feuerimmunität. Gut. Dann machen wir folgende Reihenfolge. Ein Observatorium für mehr Produktion. Eine Arena für Infanterie. Das und noch die Rüstkamm. Gut. Das ist eine ganz schön lange Liste. So. Hier wollten wir jetzt auch, dass wir noch möglichst weit hier alles kriegen, wie es vorher war. Ähm. Ähm. Balsamierer Gilda dann dementsprechend auch. Dann Steinmauer. Und dann Laboratorium. Dann gucken wir mal weiter. Nur noch Duo. Gut, Duo. Jetzt speisen wir hier mal. Guckst du erstmal hier, wie so die Lage hier ist. Da sind ziemlich viele Einheiten. Da sind ziemlich viele Einheiten. Hier ist noch eine Einheit. Oh, da sind ziemlich viele Einheiten. Das ist ziemlich... Ziemlich eisiglos, ehrlich gesagt. Ähm. Jetzt eigentlich wichtig, dass es schnell wie möglich hier weggrenzt. Ja. Genau. Deswegen. Hm. Ich meine, wir haben Zauberunterstützung, alles, ne? Ja. Der kann doch nicht wieder erweckt werden. Steffel Klickmaßen. Machen wir mal sie. Oh Gott. Jetzt kommt es doch noch, wie ich dachte, auf einer Baustelle. Jetzt machen die hier den Verdichter an. Ich hoffe, ihr hört das nicht so. Das wäre zumindest cool. Moon gegen Gedanken und Rolle. Schade. Ähm. Du hast noch... Also, wir können gar nicht zaubern. Das heißt, du bleibst erstmal hier. So. Verstanden. So. Jetzt wäre eigentlich cool. Mit dem normalen Nahkampf. Hier auch Wahrscheinlichkeit. Ähm. Ich stelle jetzt einfach hier an. Wir können jetzt noch was zaubern. Was können wir noch zaubern? Leben entziehen. Feindliche Zielenheit verbündet Untote in einem Feld Radius. Ähm. Ölhaut of Seen auch zusätzlich, würde ich sagen. Das heißt, diese Jungs und Mädels zwei, die kommen jetzt bald wieder. Ähm. Bann. Leben entziehen. Ölhaut. Die kennen keine Fernkampf mehr. Die Leute, die da wieder kommen, mal besiegen. Bezaubert? Ernsthaft jetzt? Was soll das denn jetzt? Bezaubert. Oh, ich glaub's ja auch. Was ein Scheißdreck. Ähm. Kann ich nicht hier noch, dass sie irgendwie anders bewege, dass sie nicht irgendwie in der Reichweite dieser Truppe kommt, aber in irgendeiner Reichweite von der Truppe kommt sie. Das ist egal. Die sind mal hier hin. Ja, die hat nämlich, die Truppe haben nämlich Fahndaufgabe. Ja, müssen jetzt hier erstmal wieder wegrennen und auf Verstärkung warten. Verstärkung in Form von Horvick. Ich mach's mit ihrem heiligen Schaden schon ordentlich Schaden gegen den Typen. Und halt gucken, dass wir uns möglichst schlau platzieren. Ja, war richtig dumm. Das ist ja schau jetzt zumindest. Dankeschön, Verlack. Gerne getan. Gerne geschehen. Wir müssen, Verlack, müssen babysitten. Sonst würde das hier nix. Okay, noch ein Drache. Hier ein paar. Oh, shit. Das hab ich bewirkt. Okay. Okay. Wir haben auf jeden Fall die Kanonen auf. Ich könnte kotzen. Ich könnte kotzen. Hm. Ich muss nochmal machen. Das geht nicht anders. Ich krieg das nicht anders hin. Ah. Ich muss den Zug nochmal spielen. Ich krieg das nicht anders hin. Ich kann... Das war ne dumme Sache mit Arvik. Ich geb's dazu. Ich geb's dazu. Super. Ich muss den ganzen Scheiß nochmal machen. Ähm, okay. Ruhigen uns. Da hin, dort hin. Dich gleich mal wegschicken. Ja. Mal da mitnehmen. Und jetzt wegschicken. Tschüss. Räumt ihr jetzt hier noch auf, oder nicht? Hier auch nicht. Mann ey. Ich glaub ich werde das lassen mit dem Chaos Snipe hier und mich zurückziehen und verteidigen. Das ist ganz nett, dass er stirbt, aber dann so eine Position zu haben, ähm, ich kann ja nicht ahnen, dass da 5 Millionen Truppen da in der Umgebung sind. Die Sache ist natürlich, Karl in der größeren Truppe zu haben ist natürlich auch nicht besonders zielführend. Okay, jetzt hat er verloren, aber sich zurückgeschickt, okay. Aber das krieg ich ja nicht noch mal so gut hin, oder? Dann kommt er von mir. Ja. Sonst kommt er mit 2.3 vorwarten. Dann kommt er zuv. Sonst kommt er mit 2.3 vorwarten. Ja. Ja. Und jetzt. Ich hab da mit 2.3 vorwarten. Ja. Ja. Was. Ja, das geht. Genau, das ist das, was eigentlich passiert, was zu erwarten ist bei sowas. Nicht mal bewegungsunfähig. Aber die Dreierspinne sollten wir toll kriegen, glaube ich. Andern eher nicht. Wenn die eine bewegungsunfähig wird, heißt das auch noch lange nicht, damit die anderen auch überleben, den Angriff der anderen. Sie wird nicht bewegungsunfähig, dann brauche ich ja gar nicht weitermachen. Okay. Okay. Wir müssen als allererstes hier ein paar Einheiten losschicken, sich dort wieder einzunehmen. Gut, wir haben den Reich übernommen. Das wissen wir hier im Steinbruch. Und hier generiert Kinder, Reanimator, Holzwahl. Verwandelt. Vornommen. Ponyrader, Gegenstand ist eingetroffen. Höhlen und Beschwören erforscht. Und jetzt kriegen wir nicht mal den geilen Zauber. Ey, ich kriege eine Meise. Alle nicht und toten nicht Maschinen, eine im Gebiet des Seestadt werden geschwächt. Och man. Das ist so ätzend. Ich habe mich da so über das Dunkle, den dunklen Engel gefreut. Ja. Ja, super. Wer lag. Jetzt hat es noch viel mehr Truppen. Ich mache mal nix. Gar nix sozusagen. Hier können wir was machen. Was war das? Observatorium, Arena, Becken, Rüstkammer. Auf Wachstum erstmal bei Samiragilde, Fragezeichen. Ja, was soll's, oder? Steinmauer, Laboratorium. Ich bin ein bisschen angenervt jetzt davon. Und die Truppe kann ich nicht mit ihm aufhalten. Da muss ich... Ola. Und einen Naga-Freund da irgendwie hinbekommen, ne? Und dein Ziel ist vielleicht einfach so schnell wie geht an die Front, oder? So schnell wie geht hier hin. Genau. Dein Ziel ist auch klar. Das wollte ich nicht. Ich könnte mir überlegen, hier eine Verteidigung zu stellen gegen die Truppen, die da kommen. Ich muss mal gucken, wie wir es machen. Was jetzt? So. Hier alle zusammen. Da hin. Du wirst irgendwie Kanonen-Vorder von irgendjemandem. Du gehst auch mit an die Front, du Kruppadur. Du gehst da hin, verteidigen. Und jetzt noch die letzte Frage, was wir mit den Gruppen, mit der Gruppe hier oben machen. Wir könnten Karl ausschalten, sozusagen. Was wir noch bräuchten, wäre eine Quelle verderben hier demnächst. Wir könnten aber auch einfach versuchen, hier zu verteidigen. Zu verteidigen. Noch hier mal ein Quick-Safe quasi und geh hier runter. Und gucken einfach mal noch, was passiert. Karl ist immer noch angehaft. Okay, er bewegt sich hier vor. Okay, geht an uns vorbei. Dass wir die Gruppe vielleicht ausschalten könnten, die Einzelnen. Greift sie jetzt noch mit dem Drachen an, oder nicht? Auf jeden Fall eine ganz hintige Truppe da. Greift nicht an. Okay, wo schickt er den denn hin? Okay. Pendern. Observatorium. Ich habe mich schon jetzt eingetroffen. Guck mal an. Jetzt ist sie nämlich deutlich stärker. Der Erbnis-Schutz. Die Muten gegen fast alle ist jetzt. Eckhorns Geschenk. Schattenwand. Ich mache es immer weiter. Schattenwand, das Pelz, bis ich den, diese, das Ding beschwören, Todesengel beschwören habe. Ich meine, das ist auch nicht schlecht. So ein schwarzer Blitz macht gut. Bumm. Zack. Leute eingetrunken. Ja, das sind auch Leute eingetrunken. Quelle Verderben machen wir noch nicht. Ja, ich muss jetzt wohl aufhören. Das war ein bisschen ein Rückschlag, aber okay, wir haben uns einigermaßen erholt. Leider haben wir nicht die Stufe 4 Beschwörungseinheit jetzt zur Verfügung. Wir versuchen, nächste Woche hier diese doch recht große Gruppe von Gallionen und so weiter aufzuhalten, dass wir dann irgendwann mal diese Behausung für uns gewinnen können. Weiterhin schicken wir weiter Leute an die Front, um jetzt der Armee Carls gegenzuwirken. Also wir könnten versuchen, hier mit den Truppen, die wir hier haben, die Gruppe von Carl hier aufzuhalten. Das werde ich wohl auch machen, bevor sie sich hier vereint und eine Megagruppe bildet. Genau, also das Ziel ist jetzt erst mal alles Mögliche an Einheiten hier an die Front zu kriegen und dann mit vereinten Kräften nach vorn zu gehen. Also Arwig ist auf dem Weg, Sundran ist schon da, Einar ist auf dem Weg, Rola mit Umwegen auch und unser neuer Hohe Priester Pro hat demnächst auch seine Truppen zusammen. Also das ist dann das Ziel. Weiterhin sind wir dabei, hier ein Adlerhaus zu bauen, dass der dann Einheiten produziert. Wir sind auch auf kurz oder lang dabei, hier Einheiten zu produzieren und hier auch. Die Stadt produziert schon Einheiten fröhlich. Ich muss dann daran denken, dass wenn die Städte dann wirklich anfangen zu produzieren, dass ich diese Schattenwandlerverzauberung auf die Stadt wirke, dass die alle Leben entziehen bekommen und dem Bösen verschrieben. Dann kriegen sie auch diesen Boost mit. Moment. Sabobuf öffnen. Diesen Boost von vom Schatten um Rang. Das müssen wir dann auch zaubern. Das muss ich mich daran erinnern, dass ich das dann noch aktiviere. Das wäre sehr sinnvoll. Damit werden dann unsere Helden auch deutlich stärker. Gut. An der Stelle geht es nächste Woche weiter. Wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020